Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Professor Weber, im Gegensatz zu Ihnen habe ich mich tatsächlich jetzt spontan gemeldet aufgrund von Ausführungen von Vorrednern und möchte dann doch auf das eine oder andere noch mal eingehen, insbesondere auch auf die Ausführungen vom Kollegen Schulte, was die Parteivorsitzende Frau Nahles betrifft. Als sie das gesagt hat, was ich jetzt zitiert habe, da war sie noch nicht Parteivorsitzende, es war also unmittelbar vor ihrer Wahl. Und da hat sie Folgendes gesagt, ich zitiere, die USA sind unsere Verbündeten, aber auch mit Russland sind wir freundschaftlich verbunden. Die Wahrheit ist aber, beide Regierungen machen eine Politik, die schon lange in vielen Punkten nicht mehr deckungsgleich ist mit unseren Interessen und mit denen Europas schon gar nicht. Das Verhältnis zu Russland und den USA muss daher gepflegt, aber auch realistisch betrachtet werden. Das ist das, was Sie alles hier immer vortragen, was wir voll unterstützen. Und dann kommt aber folgender Satz auf diesem Parteitag. Dazu gehört, Kritik an Russland anzusprechen, etwa wenn das Land sein Veto nutzt, um die Aufklärung von Chemiewaffeneinsätzen zu blockieren. Im Gegensatz zu dem, was ich in den letzten Tagen aber gelesen habe, bedeutet das keine Abkehr von der Politik des Dialoges und des Ausgleichs mit Russland. Zusammenfassend nochmal, wir als CDU stehen dazu, wie ausgeführt, wirtschaftliche, freundschaftliche Kontakte mit der Wirtschaft, mit dem Volk, aber auch das Ansprechen von Ungerechtigkeiten. Und da müssen Sie aufpassen, Herr Schulte, ganz persönlich oder Vertreter Ihrer Fraktion, dass Sie sich nicht nur auf einen Teil hier beschränken, sondern das gehört aus meiner Sicht richtigerweise hiermit in die Debatte, was Frau Nahles aus meiner Sicht richtigerweise gesagt hat. Ich will aber auch nochmal einen zweiten Punkt hier ansprechen, weil es immer, es ist ja im Prinzip jetzt abgeglitten zu einer außenpolitischen Debatte, welche Sinnhaftigkeit, welche Folgen haben diese Sanktionen. Und insofern gibt es ja immer so eine gefühlte Lage und manchmal aber auch eine Lage, die man anhand von Zahlen, von Statistiken bewerten sollte. Der Vertreter der Linken hat gesprochen von einem drastischen oder dramatischen Einbruch. Und da habe ich mir doch jetzt tatsächlich mal die Mühe gemacht, mir die Zahlen anzuschauen, so rückblickend von 2012 bis 2017. Und was sagen diese Zahlen im Prinzip eigentlich aus? Ich beziehe mich jetzt mal auf die Gesamthandelsbilanz, die im Jahre 2012 bei 790 Millionen lag und im Jahre 2014 dann bei circa einer Milliarde Euro. Dann kamen die Sanktionsmaßnahmen, die dann tatsächlich dazu geführt haben, einen Tiefpunkt zu erreichen von 642 Millionen im Jahre 2016. Wenn wir jetzt die Zahlen aus 2017 nehmen, also das, was jetzt reale Politik ist, und zwar liegen zurzeit nach meinem Kenntnisstand nur die Zahlen bis zum dritten Quartal vor, dann müssen wir feststellen, dass wir wieder diese eine Milliarde Euro erreicht haben. Das heißt, wir haben einen Zustand, der im Prinzip vor den Sanktionen sich dargestellt hat. Und wenn Sie dann noch ins Detail gehen und hier sagen, der Export ist so riesig eingebrochen, dann ist das tatsächlich so gewesen von 311 Millionen auf 154, von 15 zu 16. Aber wenn Sie das Verhältnis mal Import betrachten zu Export, wo wir 800 Millionen zu 221 Millionen stehen, dann ist das ein wesentlicher Fakt, den man mal berücksichtigen sollte, dass der Import eingebrochen ist und nicht so drastisch in absoluten Zahlen der Export. Und jetzt verweise ich auf die Kleine Anfrage der Linken verfasst, nehme ich mal an, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, es muss ein Vertreter der Landesregierung gewesen sein, der hier interessante Dinge zum Besten gegeben hat. Die Kleine Anfrage der Linken vom 16.02.2018. Dort wird gefragt unter Zwotens, welche Branchen sind von den gegenseitigen Sanktionen besonders betroffen. Und dann kommt die Aussage der Landesregierung, für den Bereich des Seegüterverkehrs und der Hafenwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns können anhand der Entwicklung des Seegüterumschlages keine konkreten Auswirkungen der Sanktionen beziehungsweise der Handelsbeschränkungen gegen den durch Russland aufgezeigt werden. Eine trennscharfe Abgrenzung zwischen sanktionsbedingten und makroökonomisch bedingten Entwicklungen im Außenhandel lässt sich zudem nicht vornehmen. Das ist eine interessante Aussage, ich denke nicht politisch motiviert, sondern anhand von Analysen hier niedergeschrieben. Und eine dritte Frage befasst sich dann mit dem Russlandtag und deren Effekten. Wir stellen fest, auch das ist hier so festgestellt worden schriftlich, dass hier eine Plattform geschaffen wird, um mit russischen Unternehmen ins Gespräch zu kommen und mögliche Kooperationsdinge vorzubereiten. Dann kommt die Antwort der Landesregierung, ich zitiere, auf die sich daraus ergebenden unternehmerischen Effekte hat die Landesregierung keinen Einfluss. Die im vergangenen Jahr wieder ansteigenden Außenhandelszahlen mit Russland geben jedoch Anlass zur Hoffnung auf eine positive Entwicklung und damit auf eine Bestätigung der erfolgten Bemühungen. Also das, insbesondere der zweite Teil, das hat schon was mit Logik zu tun, die ich nicht gleich nachvollziehen kann. Auf der einen Seite sagen wir, okay, wir schaffen die Gesprächsrunde, aber indirekt sagen wir in Punkt 2, möglicherweise hat das gar keinen Einfluss auf das, was sich handelspolitisch anhand von Zahlen nachweisen lässt, hier hat wahrscheinlich keinen Einfluss. Nichtsdestotrotz unterstützen wir die Situation, weiterhin im Gespräch zu sein, wirtschaftlichen, kulturellen Austausch weiter zu fördern und Dinge anzusprechen, die aus unserer Sicht nicht in Ordnung sind. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.